Guck, guck, guck. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Die schielt ja. Oh, ey. Es ist schief. Oh, ey. Links durch und links vorläuft immer, dass es die schnelle Spur ist, weil er weiß, dass es da ist. Ganz schön riesig. Für die Größe. Jetzt was sehe ich noch. Ganz schön gesehen. Oh, ich schiebe es mal. Oh, nee. Ich schiebe es mal. Oh, nee. Jetzt haben wir es richtig verlaut. Oh, nee. Oh, nee. Der Latschschwenz, he? Kucke jetzt. Oh, du schickst. Okay, komm her. Oh, komm her. Oh, komm her. Oh, komm her. Guck her. Guck mal. Ist das automatisch? Nee, vergiss es nicht. Es ist überhaupt nicht. Letzt. Guck. Oh, komm her. Oh, komm her. Schau mal, siehst du, da siehst du deine Schiele, deine Schiele, deine Schiele, deine Schiele, deine Schiele. Siehst du, da siehst du deine Schiele. Die wird so krank, was wollen wir jetzt alle von mir? Ja, aber weiss ich nicht gerade aus. Ja. Hier vorne an der Eike ist das Opossum mit dem Flöberbleck. Opossum? Ja. Das hier klang so unscharf. Schon kommt nicht rum. Jetzt steht das so müde. Ja. Ja. Ja.